Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und heute mal im Taxi. Heute sind hier viele behinderte schreiende Kinder hier, außer meinem besten Freund Lucian. Was geht? Sag mal hi. Hi. Ist überhaupt Mikro an, Digga? Ja, Mikro ist an. Und heute spielen wir ein bisschen Fortnite. Äh, ich meine Minecraft. Zeig mal hier. Fortnite-Minecraft. Moin-Kraaft. 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 Digga, heute bist du in Game-Mode und baust Blätter ab. Beste Lidlose. Was? Ja, ich mache ein Youtube-Video, Digga. Oha. Und wenn sie, äh, Leute, wenn ihr äh, schreiende Kinder hört, das sind nicht wir, sondern äh, Idioten da vorne. Hahaha. Ja, komm ich auch da bald. Leider. Ohohohohoho. Alter, geh mal in Survival. Ja, okay, warte, ich mache Survival. Und falle runter und sterbe. Was? Okay, hab ich gemacht, Lassi. Wie fühl ich mal? Ah, wie fühl ich das? Da guck ich den Youtube-Video. Ja, Mann, leider. Aber ich muss mich noch auf Youtube-Pod laden, oder? Das ist dumm. Ne, ich bin dumm. Oder jemand, irgendjemand. Du bist jetzt in, in... Ja, du bist in Survival. Hier wirklich? Töte den Schaf. Ach, schlimmer. Oh, den Teuer. Dann sind auch Tats, glaub ich, die macht er da, ne? Au. 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 Du kleiner Hustensohn. Du kleiner Hustensohn. Das ist alle Hustensohn. Asam, halt deine Fresse! Ich hör doch deine hässliche Stimme. Ich den Fleisch. Das ist... Das ist deine Mutter. Ist... Ja, ist er. Diese Wolle. Diese Kinder. Ja, ist Wolle auf jeden Fall. Hast du etwas über Drogen genommen? Haltet eure Fresse da hinten, oder es gibt eine Nackenschelle. Genau, ihr Nackenschellen. Was? Ja. Jetzt machst du mit dir rum. Oh, jetzt. Oha. Komm, weiter rum. Ja, genau. Hauen. Hauen, weiter. Töten. Töten. Ne, Töten. Das arme Pferd. Das Pferd. Das Pferd. Das Pferd. Nein. Ist das Pferd. Nein. Ist das Pferd. Dann kriegst du keine Husten. Du hast nicht meine Mama. Ja, ich wollte aufsteigen. Aufsteigen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das Pferd. Oh ja. Das Pferd. Das Pferd. Das Pferd. Das Pferd. Das Pferd. Ohio Gaming Games Name. Eh. Ein YouTuber Zwerg. Ehh. Du kriegst keine einen Fallschaden. Ich bin ein Gartenzwerg. Töten. Hery. Tschüss Mama. Macht gut. Tschau Lucian. Bis nie wieder. Guck mal, so melkt man heutzutage. So melkt man. Ja. Ja, indem man sie töte. So, jetzt nur noch Jakob, der gute alte Mann. Ist der Wuppmann. Das wissen wir nicht. Könnt ihr jetzt mal bitte eure Fresse halten? Ich mach ein Video. Ey, mach ein Video. Ja, ich mach ein Video. Nein. Vielleicht stelle ich eure Wohnung und eure Fresse zu sehen. Nein. Etwas leiser. Ich mach ein Video. Nein. Ich mach ein Video. Nein. Ich mach ein Video. Stell du leise. Ich mach ein Video. Nein. 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 Was hast du gelöst hier? Ich weiß nicht wie meine Hause ist. Nein. 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 Der wollte mich grad schlagen Digga. Nein. 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 Hör auf mich. 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 Digga, was? Halt die Fresse! Leute, wenn ihr auffindet, dass das dumme Kinder hinter mir sind, dann schreibt das in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Sollt ihr den Kanal abonnieren? Ja. Ihr sollt 10.000 Likes auf dieses Video machen. 10.000 Likes, das haben wir noch nie. Ich hatte noch nie 10 Likes. Aber heute wäre es vielleicht was. Oder 10.000 Likes. Ja, 10.000 Likes. Viele YouTuber müssen jetzt gucken. Ja, also es gibt halt so, Yolobrolino, der ist ein geiler YouTuber, hat natürlich schon, glaube ich, sogar abonniert. Ich weiß auch nicht, wann die Benachrichtigung hatte. Digga, Leute, sagt gleich mal was in den Kommentaren zu diesem Spaß. Leute, ich bin wirklich gut. Und Leute, falls, Leute, ich will sowas nicht. Ich will, ich mag, ich mag keine Kinder, die so nervig sind. Scheiße, ich bin die Füße gut. Ich bring euch um. Dann werdet ihr euch sterben. Und habt keine Mütung. Ja, komm, lass dich nicht kaputt. Alles gut. Du musst nicht weinen. Da ist noch nie wert. Ich hoffe, dass da wieder verliebt ihr mich, wenn ich ihn geschlagen hätte. Ja, ich hab ihn ja eigentlich geschlagen. Stirb. Ich will nicht sterben. So. Leute, aktiviert auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich streame oder wenn ich ein neues Video hochladen muss. Wo geht es? Könnt ihr bitte einmal euer Maul halten? Meine Fresse. Ich kann es nicht fassen, dass alle Kinder hier drin sind. So. Leute, der Akku ist gleich direkt schon am Arsch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Was sollen sie machen? Einen Daumen nach oben. Natürlich. Abonnieren und klackaktieren. Und... Hier habe ich mir mit euch. Einen Na 힘들ância. Ent Stan. Uden remindsättaly. Abonnieren. Abonnieren mit euch einmal.